Max und Moritz Preis für den besten internationalen Comic... ... der Max und Moritz Preis für den besten internationalen Comic... ... geht... ... soll ich mal beginnen? Ja, nee, dann machen wir es dann auch noch mal 2012. Ja, jetzt. Ich bin ja in der ersten Reihe. Ich bin ja in der ersten Reihe. Ich bin schon... ... ich bin schon mit dem Schnitt. Ich beginne nochmal. Drei, eins... Der Max und Moritz Preis... Ich hab's gerne für Sie, wenn Sie echt... Der Marco Moritz-Preis 2012 für den besten internationalen Zombie geht an Joe Taco Gaza. Der Marco Moritz-Preis 2012 für den besten internationalen Zombie-Untertitelung. Der Marco Moritz-Preis 2012 für den besten internationalen Zombie-Untertitelung. Der Marco Moritz-Preis 2012 für den besten internationalen Zombie-Untertitelung. Der Marco Moritz-Preis 2012 für den besten internationalen Zombie-Untertitelung. Der Marco Moritz-Preis 2012 für den besten internationalen Zombie-Untertitelung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.